Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du bist im Scheißhaus, Mist, da bin ich gefraut, Kleiner. Was ist mit dir? Ob ich auf dem Scheißhaus bin? Nein. Ich habe nur eine Badehose für morgen geholt. Eine Badehose? Nach der Arbeit noch mit meiner Schwiegerin ins Schwimmbad gehen, ja? Ah, ich dachte für die Badewanne. Kannst du auch nackig schwimmen? Was ist für die Badewanne? Das will keiner sehen. Glaubt mir das, Blue. Auch wenn man meint, ja, okay, aber nein, nein, nicht okay. Ich will mal nicht den Badehosen sehen. Dann vielleicht ein Badeanzug. Nein, nackig, nackig. Ah, die Bude hat ja eben gesagt. Badeanzug wäre auch toll. Oh ja, so ein Bohrrad. So ein Bohrrad, ja. Okay, drei dumme Eingelannte. Bin ich dumm. Bin ich dran. Ich habe mich testen lassen. Der blockiert mich aber hier fünfmal. Ne, 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 ne. Und dann kriegt er den auch noch. Wird komplett durch die Gegend geballert. Ich habe ihn aber auch dumm angenommen, muss ich sagen. Bin ich ehrlich. Den hätte ich definitiv besser safen können. Bin hinten. Ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, den möchte ich nicht. Den macht ihr da vorne rein? Oh, wenn die Puh mitgefahren wäre. Ich bin tot. Bin ich jetzt mal hinten? Oh, come on, please. Oder auch nicht. Ne. Ja, dem Tor. Wow. Schöner, schöner Ball. Hä? Oh, danke. Alter. Ich hätte ihn fast wieder gegen die Latte gespielt. Ich habe auch die Latte angewiedelt hier da. Ja, egal. Drin ist drin. Dein rechts. Ich muss mal einen Kuchen machen. Uh, was ist denn für einen? Einen russischen Zupfkuchen mit Kirsch. Das hört sich lecker an. Kannst du das denn? Ja, ich benutze. Nein. Okay. Ja, bin ich ehrlich. Ich packe nie. Blum, links. Ah, ich habe zwar null Booster, aber den hätte ich, glaube ich, gefährlich schießen können. Ja. Ich bin hinten im Tor. Oh, Gott. Ja, die kriege ich. Ich bin weggeschobst worden. Ich war ins Tor. Ich bin weggeschobst worden. Ja, ja, ist gut. Bist du kurz alleine? Ich komme in die Mitte. Ich fahre dran. Nee, hast du nicht. Ah. Warte nochmal. Schön. Nein. Schön gefakt. Blue. Hast du den? Ja, sehr schön. In die Mitte. Ah, ich bin so weit vorgefahren. Scheiße, Achtung. Ah, fuck, Alter. Ja, und er blockiert hat mich. Ich kriege ihn noch nicht mal weggedrückt oder so. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Guck mal, ich fahre ihm hinten links rein. Hinten rechts fahre ich ihm rein. Und er blockt mich halt komplett. Was heißt FF? Wenn wir feiern, oder? Nee, vorfade. Aufgeben, ne? Oh, Mann. Schön. Im Tor. Bin mit Doppeljump dran. Da, da ist die Hitbox natürlich dann wirklich richtig genau. Oh, mit nem Smiley sogar. Gibt sich hin. Gib doch selbst auf. Ja, du musst immer freundlich sein. Katsching. Bin jetzt erst rechtlich, würde ich sagen. Was denn? Mit Freundlichkeit? Ja. Ich hab nur 44 Boost. Komm mit. Na klar. Ich bin früh früher dran. Im Tor. Schön, der passt eben auf jeden Fall. War dran. Ist er dran? Oh Gott. Irgendwann. Oh, der kommt gut. Oh. Der kommt nicht hoch. Keinem Tor. Lücken weggehauen. Oh, schade. Blut raus 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 raus. Hey, im Ernst. Hättest du viel früher reagieren müssen. Quasi in dem Moment. Da, da ist egal. Tweaks. Wenn ich dieses FF lese, stell ich mir immer vor, wie die immer so vor dem Bildschirm. Ja, genau, genau so. Oh Mann. Komm, lass mal liefen, bitte. Ja, komm. Verschwinden. Ne, 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 ne. 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 Ich verschwende deren Zeit. Wenn die meinen FF zu schreiben. Okay. Ja, okay. Ja, alles gut. Alles gut. Eigentlich müssen wir jetzt extra durchspielen. So, dass sie noch mehr Tore machen, damit es noch länger dauert, das Spiel. Ja. Life is changing. Oh, ich habe das abholbereit. Nach einem 1,5 habe ich das abholbereit. Nice. Das war so ein Mitleidspreis oder was? Ich mache irgendwann einfach nur mal einen 3-Stunden-Zweepen, in dem ich dann meine über 150 Sachen einfach aufmache. Das sind 50 mal die gleichen Sachen. Ist ja wahrscheinlich. Mindestens. Gibt es eigentlich noch dieses Ding, wo du mehrere so, ähm, doppelte, ähm, quasi verschmelzen kannst zu einem random anderem? Keine Ahnung. Gab es noch mal? Was mich halt einfach so unglaublich nervt, ist, dass sie halt von Anfang an irgendwie nur für ein Octane irgendwas rausgebracht haben. Machen tausend Autos, aber jedes Mal, wenn irgendwas, irgendwas gedroppt wird oder so, ist es nur für ein Octane. Für ein Octane gibt es 50.000 Anpassungsmöglichkeiten. Alle anderen Autos sind scheißegal. Von rechts. Bei einem Tor. Ich habe nix. Ich habe nix. Oh, sorry. Jetzt habe ich vom eigenen Team halt noch misshandelt. In hinten. Weil du einfach nix hast. In dem Tor. Kriegst noch. Kriegst noch was. Am Top. Das war ich nicht, das war ich nicht. Das war der Gegner. In dem Tor. Oh, sehr schön geblockt. Oh nein. Oh nein. Was sind denn das für heute für Pieps? Ey. Richtige Trottelwichser, ehrlich. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, und er geht direkt wieder von den Stroll. Rein. Ja. Ja, was soll ich denn? Daneben. Junge, Alter. Na, was ist denn das für ein Pisser? Direkt mal gemeldet gleich. Schwatzen. Okay, wow. Ruggelig, degelig. Ruggelig, dang. Ach so, ein Blut. Der fährt die ganze Zeit mit Vollboost hier rum. Könnte auch nicht sein, oder? Hier, ich bin weggeschubst worden. Null Boost. Ah, okay. Jetzt haben wir ein bisschen was. Äh, bin da hinten. Da habe ich nicht. Er bremst ab und zerstört mich trotzdem. Hm. Was soll ich denn tun? Leon und Noah. Hi, moin. Grüßt euch. Oh, jetzt stehe ich auch noch im Weg, weil ich nicht reinfallen wollte. Mann, Alter. Boah, Alter. Hier ganz knapp an mir vorbei. Oh, sech. Tja. Was für ein Spielzug und was für eine Parade. So, ich war heute bei meinem Parader von der Bank. Oh, Leon und? Und du? Was hat er gesagt? Rechts. Ich bin nach rechts, ja. Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall kriegt er jetzt mal hier gleich, oh, da bist du daneben gesprungen, ne? Was soll ich machen? Ich bin nur um runterzukommen. Ich kann nicht, ich kann nichts tun. Guck mal, ich, 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 ähm, ich komme und werde direkt zerstört. Ja, und ich freue mich vollboosten in einen rein und er wird nicht so fickt. Ja, er sheetet hier auf jeden Fall. Der hat die, komplett die ganze Zeit lang vollboost, angeblich. Äh, er meint, äh, ich habe wieder ein neues Konto. Haha, nice. Achtung, gut. Schön. Oh, Achtung, ich wurde komplett nach vorne geschleudert. Ist egal. Chilo, mach das. Oder auch nicht. Oh nein. Oh, 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 da war ein Touch zu viel. Ein Touch zu viel. Holt den Boost, hol den Boost. Lass mir hinten den. Ja. Wer hat mich da denn jetzt gerammt? Oh Gott. Easy. So, der braucht gar nicht so schnell raus. Ihr braucht da gar nicht so schnell raus zu gehen, Leute. Also die Gegner. Ich kann euch trotzdem melden. So, Spieler melden. Und zwar Ich sehe die gar nicht, auch der künstliche Spieler. Cheaten und ähm, farmt EP. Und was noch? Ja. Verbald oder schriftlich haben sie sich ja nicht abschicken. So. Zack. Okay. So, ähm, was sind unsere Kleine? Was sind unsere Kleine? Soll zum 18. Jahr auch was haben. Also, alles, was übrig bleibt am Ende des Monats, wird jetzt zweigeteilt für Sohn und Tochter. Sehr gut lernen. Das ist, äh, sehr schön. Ja, wir haben auch, wir haben auch Kunden für unsere Kinder. Und da kommt auch immer was rauf, ja. Von daher Daumen hoch. Noah, moin, grüß dich. Hab ich eben schon mal. Wie geht's dir? Deppen, ohne Mist. Wegen solchen Idioten, ja, fangen, hören andere auf, so Spiele zu spielen, ja. Ich weiß nicht, was, 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 was die, was sich davon erhoffen. Wenn sie drei Spiele, wenn sie drei Spiele machen, wenn sie drei Spiele machen, werden sie von, von neun Leuten, ähm, gemeldet und dann sind sie weg. Nehmt ein Tor. Oh, ich hab mich immer zufrieden. Oh, ich hab mich zufrieden. Nehmt ein Tor. Oh, sorry. Bleib dran. Schöner Pass. Run, Blue, raus, 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 raus. Boah, ich muss da dran gehen, weil ich irgendwie gefühlt hab, dass der Gegner da gerade am springen ist. Oh, oh, lol. Toll. Alle drei hochgesprungen und keiner hatten gekriegt. Das sollte eigentlich ein Pass werden. Boah. Alle drei. Da, da, Ich bin nix. Ich bin nix. Ich bin nix. Nein, die sind nicht weg. Egal wie oft man meldet, zerstören. Das ist nämlich Spielmechanik und Fullboos kann man haben, wenn man die Großen immer hintereinander... Ja, aber, ähm, wenn man dieses Zerstören dauernd endet, das, ähm, für ein bisschen Spielspaß. Das ist ein Spielmechanik, das kann man so verwenden. Ja. Aber trotzdem, trotzdem ist es einfach auch, äh, ein Grund, ein Grund zu melden, wenn du das nur machst. Meiner Meinung nach, ja. Aber der hatte eben ja nicht nur, hat sich ja nicht nur die Großen geholt und war komplett direkt wieder auf 100. Boah. Also, irgendwas war doch nicht richtig. Nein, du kannst beim Fußball auch ein Tor schießen und dann die ganze Zeit mit dem Torwart hin und her passen. Ist ja auch Spielmechanik, aber ist ja trotzdem ein Trottel. Schöner Schuss. Ach, Gott. War nur Ablenkung. What a... Schöner Schuss. Nein, du kannst auch einen Tor schuss mit der Hand blocken und sagen, war nix, weil der Schiri das so entschieden hat, ist aber trotzdem ein Trottel. Ja. Ist ja trotzdem, äh, viel Mechanik sozusagen. Schöner Save. Okay. Okay. Ja, ich hab keinen Boost. Achtung. Ich will auf dieses Wirkleding an. Nichts. Wo, hä, wo kam der denn her? Der ist verschwunden und hinterm Ball wieder aufgetaucht. Ja, so geht es uns relativ oft tatsächlich. Genau das ist der Grund, warum wir ab und so Gegner nicht sehen. Oh, sorry. Ich hab null Boost. Bei uns ist kein einziger Boost mehr da. Was ist da los? Selbst die Kleinsinn nicht da. Ja, Leon, also ich weiß schon, was du meinst, aber wie gesagt, trotzdem, es ist einfach nur, einfach nur unnötig, sowas auszunutzen die ganze Zeit. Ah, OpenNet, weiß doch. Von, ähm, damit, damit, äh, dann, dann, dann sollen sie irgendwie ein, ein Spiel spielen, wo sie Autos zerstören können, aber nicht Rocket League, wo man Auto Fußball spielt. Ja, wo ist das Ziel, es Autos zu zerstören? Ja, genau. Gibt's genug? Wie hieß das, äh, Metal, wie hieß das denn? Gab's sogar ein Spiel mal, wo du, wo du, äh, Waffen auf den Autos hattest. Ah, ja, das war, das waren, aber das waren auch PS1-Zeiten, Alter. Ja, und? Das war mega geil. In den Enten. In den Enten. Ja, okay. Tadaa. Hinten, fahr mit ran, fahrt ran. Bist du mein Bücke drüber? Jo. Ach. Schubst dich ihn weg und trotz ihn wieder rollen. Weiß ich nicht, also wenn du jemanden da bei Epic sitzt, na gut, diese Aussage kannst du wieder vergessen. Von wegen, wenn du jemanden sitzen hast, der fähig ist, wollte ich sagen, aber vergiss es. Das ist alles automatisiert. Sonst hättest du ja auch die Möglichkeit, deine 5-Minuten-Sperre anzufechten und zu sagen, ja, Internet war weg. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch sowas. Ist dir egal. Also wenn du rausfliegst, fliegst du raus und hast Pech gehabt. Das ist wie bei den großen Firmen LG und Co. Da gehst du auf die Internetseite, da ist noch eine Hotline. Die Hotline sagt, du sollst die WhatsApp-Gruppe aufmachen. Machst du die WhatsApp-Gruppe auf, kriegst du die gleichen Textbausteine wie im Online-Chat. Es gibt online ein Reparaturanfrageformular, da stellst du eine Anfrage. Das wird aber nicht mehr gefunden, weil diese Anfrageformulare nicht funktionieren. Und dann sitzt du da zwei Tage und versuchst irgendwie, irgendwen bei LG zu erreichen. Oh, 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 oh. Nice. So, what? Hab ich dem so einen Boost gegeben? Naja, wenn du es richtig anstellst, dann nicht. So. Oh. Wollt ihr mich jetzt auch zerstören? Habt ihr auch einen Vorgl? Mikrorunkel? 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 Ruckler? Habt ihr auch einen Vorgl? Habt ihr auch einen Vorgl? Oh, sorry Blue. Ab und zu, ja. Wenn er passt. Oh, den hat er. Oh, der hat er. Oh, ich hab den Boost nicht gekriegt, weil wir mir Bilder weggenommen haben. Echt jetzt? Quatsch. Ja, ja. Ich hab leider nur. Das war nicht meine Absicht. Ich hab nicht Boost gehabt. In dem Hör. Woll ich. Boah. Schöner Pass. Hoch mit dir Blue. Nein. Oh, sonst bin ich immer zu tief, ne? Close. Closey close. Wenn man das richtig gemacht ist, ist das auch kein Spiel. Du bist richtig. Fakt ist, wer oft zerstört, ist ein Arsch. Komm mal. Oh, schade. Oh. Oh. Hoppen nicht. Nice. Ah. Hast mich nur gekriegt. Ja. Und da? In rechts. Mach ich nicht. Oh. So ein taktischer Destroy ist mal ganz nett und ganz sinnvoll. Ja. Aber die ganze Zeit. Kannst du nur durchgehen, ne? Ja, aber wie gesagt. Dann soll er. Destruction Derby spielen. Na, Counter-Strike oder so. Schön. Ich hab hier die Blue rein geschossen. Ich hab hier die Blue rein geschossen. Das war ausgesehen. Ne, ne, das war schon richtig. Der hat die Regel um eins nicht missen, äh, nicht gefolgt. Oh. Das, also der, der Destroy war jetzt eigentlich auch nicht so gewollt, wenn ich ehrlich bin. Hat, hat aber seinen Zweck erfüllt zumindestens. Eben noch sagen, wie viel zerstört ist ein Arsch und das zerstören wir die ganze Zeit. Also ich hab zweimal aus Versehen. Ich bin beide Male reingerutscht. Ja, ich bin noch vorne, dann kommen wir jetzt wieder. Nein. Das hat ja wie gesagt auch niemand gesagt, dass man es nicht machen darf oder sonst was, sondern wenn man es nur macht, als einziges. Als einzige Spielmechanik, die man nutzt. Hör, wo ist... Willi, bist du noch da? Ja. Ich hab da nicht was mit meinem... Warum sagst du nicht, dass du nicht im Tor bist, Alter? Was machst du denn da mit dir? Ja, ehrlich. Ich hab mit ihm gespielt. Ja, aber... Dann sag doch Bescheid. Wir müssen doch mal lernen, ohne mich klar zu kommen. Ne, wir sind ein Dreier-Team, dann geht man davon aus. Irgendwann müssen die Vögel das Netz verlassen. Die hatten auch nur zwei. Der eine hat ja auch mit mir rum. Null-Boost. Ja und? Schiff? Bin ich. Hattest du fast knapp? Ja. Boah, das war klar. Äh, knapp. Das war klar. Das war klar. Das war klar. Knapp. Klar war das. Miss. Klar, wie Klo springen hinten. Oh, den hab ich nicht. Oh, den hat er noch, ne? Ja. Ja, 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 ja. Und sonst, Leon, alles gut bei dir und Lisa. Schön. Und der Erde. Ach komm, bleib der in der Luft stehen. Typen weggehauen. Hab ich nicht. Hast du'n? Hast du extra auf die Buche gespielt, ne? Du hattest nichts gemacht. Hm? Hab ich extra auf dich drauf gespielt, hättest du nüpfen müssen. Oh. Boah. Oh. Oh lol. Oh. Nein. Oh. Boah. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. super dadurch hinter ja das ist auch meine beine jetzt ach so die schmerzen die dieser am dienstag hat hast du jetzt heute so nice hoppade boomtor Achtung, hat er Sehr schön Oh Von hinten Ah Hinten Oh, er ist drin Boah, die hätte haben Sehr schön Regel Was, Regel? Regel, muss aufs Klo Regel Muss aufs Klo? Nein, 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 nein Ach, ist egal Du musst aufs Klo? Nein Warum sagst du dann, dass du aufs Klo musst? Ich hab nicht gesagt, dass ich aufs Klo muss So, maximale Ich nicht Ich nicht Nein Weil ich muss aufs Klo? Die Blue hat gesagt, ich muss aufs Klo Das ist auch maximale Verwirrung bei allen Dann geht doch beide zusammen und haltet euch Hähnchen Rechts Rechts Was ist denn das sonst? Naja Ja? Hätte ich gerne eine Erklärung? Sorry, ich muss mich konzentrieren Sorry, hab nichts gesagt Alles gut Da hat die Blue wieder Immer bin ich es Ja, wenn jetzt hier nach vorne springt Da hat noch ein Klobild Oh Oh, what? Oh Das ist ja ganz schön knapp Klob? Ja, ich wollte close sagen Achtung Achtung Dann nochmal Pilot Da kommt einer Ah 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 Sade Aua Er hat sich weggeräumt Du Ich hätte die Blue fast Ich hätte mich komplett verwirrt Weil du jetzt auch aufs Klo musst Oh, nice Blue Oh, schade Habe ich Bleib vorne Ah Jemand ist an meinem Ort Ich weiß aber, wo es in der dicken Rolle Da, Brian Den machst du dir jetzt Er hat den aber Und was mit dem? Blue, deine? Ja, den hat er aber auch Randa nochmal Schade Verwirrt Deine Verwirrung Deine Verwirrung hat die komplett auseinandergenommen Weil du den nicht da gekriegt hast Den habe ich erstmal geschuckt Der dachte, du kriegst den Und Alle haben gedacht Der eine steht da und blockt Bin rechts Es war so geplant Schön Blue, weiter Ah, easy Wollt mich da einer zerstören? Ja Aua Ne, ich wollte gerade nicht drauf Zeig ich doch Ach, wa? Hinten Oh, schade Ich wollte in die Lücke rein spielen, aber Haben sie gut reagiert Was ist denn jetzt hier los? Ich musste ihn zerstören Dann hätte er ein Tor gemacht Es war ein notwendiges Übel Das war die Rache von Memphis Ich habe einfach gar nichts getan Wurde zerstört Und Ja Ich bin dort Bin wieder da Bin wieder geboren In der dritten Sekunde auch verstanden Im siebten Tag Führte er uns zum Sieg Boah, schön Blue Schön im Weg gestanden Oh Mann Und da rutsche ich jetzt wieder vorbei In so eine Frikante Oh Mann, du Da rutsche ich rein Oh Mann, du Ich bin zerstört worden Ja, gut aufpassen Hast du gut gepasst, Blue Hast du richtig gut gepasst Da rutsche ich weg Da rutsche ich rein Ja Shit happens, ne? Alles wieder bei die Blue So Ball geil war Oh Mann Komm mal, pass doch mal auf jetzt Das dritte Fauxpas in halb von zehn Sekunden Was ist denn da los? Da, ja Gut Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Oh, schade Schade Das Spiel ist uns innerhalb von Hm? Drei Sekunden entglitten Gefühlt Okay Links geht nicht rechts Was? Links geht nicht rechts Was willst du mir damit sagen, Leon? Was ist das für ein Tipp? Dass links geht aber rechts nicht Ach, ich muss meine Beine hochlegen Ist ja irgendwie Erstmal schön auf den Tisch Ist doch jetzt so Okay Ja, fun Kannst du ein Foto schicken? Ich würde jetzt gar nicht sehen Nee Hallo? Ja, kommt ja Sie macht ein Foto für mich Hallo? 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 Komm mal ran da Wenn zwei auf eine Höhe beim Anstoß Linke Ja, ja, ja Das machen wir Ja, das machen wir Lernen Was der Linke dann anfährt Nicht so gut Achtung Nicht so gut Nicht so gut Ja, okay Ja, dann war es Aber sicher, dass der der Rechte dann nicht gerade in dem Moment ein bisschen näher am Ball stand Ich bin runtergekommen Blue, es tut mir leid War mein Fehler Ich bin gerade gelandet Und ich hab Oh, no way I'm so sorry I'm so sorry Also Pilleman hört dich nicht mehr auf jeden Fall, ne? Wolltest du nur gesagt haben Ja, das ist schlecht Ein paar Calls Das ist ein Lea und der kann callen Oder die Blue Die sagt, die Tore sind drin Und Blue? War drin, ne? Ja, ja, ja Bin links Oh, denk ich Warum zerstöre ich den? Welchen Beispiel? Tja, das ist Gute Frage Konstant an allen Boosts vorbeigefahren So, ich komme Zu dir Und er Er kriegt ihn Natürlich nicht Natürlich nicht Warum sollte er ihn auch kriegen? Weil er sonst Ja, Schubsbruder Das war ich Achso Ja, Schubsbruder Ja, ehrlich Oh Bin links In the top Okay Das wäre dann auch Ich bin oben Ja, kriegst du? Ja, ja, ich warte Ich warte Ja Boah Easy Sehr schön Morgen wieder um 9 Uhr los Der Ernst des Lebens leeren Arbeit, Arbeit ruft Dann rechts Bin im Tor Sorry, ich bin Einfach nur wieder aufgekommen Und hab dich erwischt Beim runterfallen Oh klar des Todes In der Mitte Okay Da war ich Langsam was zu holen Achso, du hast Stimmt, hast ja noch Urlaub Richtig So, kleiner Geh hoch In der Mitte Ich bin tot Ja Ja Das habe ich schon gesehen Hat der Boom gemacht Bei der Boom Und Ach Schade Schade Finanzamt Und dann Polizei Und dann Chilling Chili Chili Erstmal beim Finanzamt Die falsche Steuererklärung Eingeben Dann zur Polizei Sich an Selbstanzeigen Steuerhinterziehung Und dann Dann hat er Urlaub Hinter Hinter Französischen Gardinen Oder wie heißt das? Schwedische 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 Aber Französisch ist auch gut Wie war das? Welche Welche Vögel können nicht hören? Maulwürfe? Ne, fliegen Oder? Ne, nein, hören Welche Vögel können nicht hören? Ne, welche Vögel können nicht hören? War schon so ein Klassiker, ne? Ja, war es immer noch nicht, ne? Ich muss mich hier gerade konzentrieren, dass ich hier die Blue wegkicke Die Blue ist schon wieder nicht fähig, ist ein leeres Tor zu treffen Ja, das hat man jetzt Das ist zu nah, Blue Die Weitschüsse kriegst du hin, aber die kurzen Ja, ich bin jetzt genauso wie er Wir haben uns gegenseitig vorne einmal Küsschen gegeben Und er, ich bin der Explodierter Und er nicht Da waren deine Gefühle halt stärker als eine Oh, meine Autor Blue, deine? Ähm, nee Blue, kommst du? Ja Oh, shit Da Bei dem Pass stand ich nicht gut Äh, nee, wir haben keinen Plan Ich wurde einfach eingeladen Und dann entspannen mich schon wieder Um mich zu verziehen Die Polizei hätte ich einfach mal vorgeladen, weil sie, äh Ja, weil sie dich vermissen, genau Ich hab's gerade statt Hereingabe-Hingabe gelesen Hingabe, 10 Punkte Ja, wär auch cool Ja, Blue, warum wärst du denn nie weiter? Wir könnten so schöne Spiele Spiele machen hier Da, warum warst du da nicht? Weil Brain vorne ist Sag doch einfach, ich bin vorne Auf den Brain schieben Na, den krieg ich nicht Doch Oh Mann Also wenn ich ehrlich bin, war's tatsächlich so ein bisschen geplant, dass die Blue da dran geht Aber, äh Nein Hat irgendwie nicht so ganz geklappt, ne? Muss ich sagen Nee, du hast ja nicht mit mir geredet Du hast nicht gesagt, was du machen möchtest Blöder, blöder Moment an, auf die Polizei zu gehen Mein Anwalt halt Urlaub Uiuiuiui Sehr schön, Blue bei vorne machen jetzt rein, bitte, ja? Ich hab gesagt, du sollst ihn rein machen Ja, mach doch mal Ja, mach ich jetzt auch Zeig's halt wirklich Ja, guck mal hier, wie geht das geht Pfosten, 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 Pfosten Und dann den Typen so lange weggehalten, dass du schießen konntest, ey Das war wohl ein Wink mit den Pfosten Ja, Leon, wenn du auf die Polizei kommst und dann sagen so Ah, Herr Kowalski, ja Nehmen Sie sich einen Kaffee, Sie wissen ja, wo er steht Open net, open net Von rechts kommen sie Wie sollte ich von der Position aus schießen? Du hast schon alles gepackt, tatsächlich Alles, ich hab Leben durchgespielt Ne, Leben, guck mal, du schließt jetzt direkt in Rocket League auf Leben Ja Du hast gesagt alles Du hast nicht spezifiziert in Rocket League alles Habe ich nicht, du hast ihn, hast ihn, hast ihn, hast ihn Das Gehirn rausmassiert er Was ist mit deinem Gehirn passiert? Der Friseur hat mir gestern das Gehirn rausmassiert, glaube ich Ja, ich bin weggeschubst worden Du bist nicht weggeschubst worden, du bist die Wand hochgefahren Und dann hast du mich weggeschubst Guck Ja Aber da fährt man auch nicht hoch, wenn man verteilt Ich bin nichts Wenn da ein anderer Spieler ist Sonst passiert nämlich das, was gerade passiert ist Ja, ich bin gerade eben erst angekommen, sorry Ich bin mal ein, oder? Oder kann ich die Stellen bezahlen wegen den Konten Das ist immer so lustig Wer hat auch einfach 5000 Konten Ah ja, warte Gefühlt hat mich schon wieder gerade ein blauer geschubst Hab ich Was war das denn? Ich war es nicht Ich bin gerade die Maul Ich fahre ohne Witz Ich fahre immer nur geradeaus Ihr seht den Ball Ihr seht, wo ich bin Und ihr fahrt nicht jedes Mal rein Frontal Also ich Wir müssen aber die Chance ergreifen In dem Moment Auch rein Also ich weiß nicht, was ich machen soll Da hätte ich so einen Magneten an mir dran Wo ihr direkt Haben so eine Stiefel runter Sieben Konten bei drei verschiedenen Banken Beim Spiel Die Stiefel runter Ja, du bist halt so anziehend im Spiel Tut mir leid Dabei ziehe ich mich hier komplett aus Ich mache mich nackt so viel klinge Ist aber auch voll warm Ja, du bist da neben dir auf Ist offen Links Hä, warum links? War es doch hinten Nein Doch Nein Jetzt bin ich hier Den hole ich mir Guck mal, wie schön ich den gespielt habe Mit dem vor Ich fahr unter ihm her Und er kriegt den Bus Aha Ich bin hier hinten Ich bin jetzt auch hinten Sorry Das war der Gegner Es war keiner da Ja, also Bray muss ja mich noch einmal am Krawittchen packen Und wieder Ach komm Nur wurde gesetwischt Oh Mann Da reicht mir der Boost nicht Ich habe dich gehört, Blue Dein Auto habe ich gehört Nicht dein Call Den habe ich nicht gehört Aber dein Auto habe ich gehört Ich glaube ich bin gerade direkt vor dir gelandet Kann das sein? Ja Den kriege ich nicht Ich fahre hinter ins Tor Den Call habe ich nicht gehört Achtung, ich falle Hab ich Hinter Jedes Konto hat seinen Zweck Ohne Ordnung habe ich nicht alles War ich ein Dokumentenverzeichnis Alter, okay Naja Neon Wenn man so viel Geld verdient wie du Muss man auch sieben Konten haben Von hinten Oh was Er war noch fünf Meter von mir weg Das Spiel sagt Nope Ja, ich merke es schon langsam Ich bin aber auch weg Alles klar dir und schlaf gut Bis zum nächsten Mal Maybe morgen Boah, hast du den Block von mir gesehen, Alter? Ne, weil ich habe mich darauf konzentriert Das Ball ins Tor zu machen Weil ich ihn fast daneben gemacht hatte Da Der Block Der hat dich aber umrasiert Der ist noch nicht mal gebremst worden Team Blue Ich muss mir erst mal kratzen In rechts Oh Gott, Achtung Der war rechts Ja Ich bin hinten Blue, machst du Oh, schein Oh, sehr schön Sehr schön interrupted Du? Ich habe nicht so viel Boost Ich habe jetzt nicht so viel Boost Ich habe jetzt gerade mal nicht so viel Boost Ja, jetzt hör mal auf hier so einen Stress zu machen Ich habe jetzt nicht so viel Lust Ich habe keine Lust Ich habe keine Lust, wa? Also wenn, dann richtig Okay, ja Böbel mich halt einfach raus Ja, du redest ja auch nicht Beschwerst dich, dass ich nicht rede Du hast mich doch sehen müssen oder nicht Nein, ich habe dich nicht gesehen Die Ballkamera unter dem Ball Der Ball war direkt über mir Ja, ich habe es kapiert Du willst mich halt einfach nicht sehen Ist okay Bist du unscheinbar Ich kann mir das gleich übersehen Ja, der ist gemein sein Ein strahlendes Antlitz In der Sonne Blendet mich Geblendet Ist niemand da in der Mitte? Gut Dann wollen wir halt nicht gewinnen So Links Jetzt ist mein Fuß eingeschlafen So Sitzt du da Wie ein Troll oder was? Wie ein Troll Unter der Brücke Die Beine wahrscheinlich hinterm Kopf verschränkt Ich kann doch nicht auf den Wurzelbaum Als wenn ich die Beine hinterm Kopf verschränken könnte Das mache ich einmal ganz gut Du hast gesagt, du musst die Beine hochlegen Los, mach Kugel Du hast eine Aufgabe Den Ball zu treffen Du bist sogar richtig gut Bis vorne geblieben Ist alles richtig gemacht Und dann Ja 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 Ja. Boah, Alter. Sind wir da? Ja. 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 Oh, yeah. Klock. So, jetzt muss ich gucken, dass wir meinen Fuß wieder runterkriegen. Erstmal mit dem Handy in den Wecker stellen. Bist du jetzt da wie so eine Brezel. Oh, ich kann mich nicht bewegen, mein Fuß ist eingeschlafen, mein Genick tut weh. Ich hab letztens so ein Video gesehen, wo so einer dieses Schallisch nicht lachen macht. Und dann guckt er sich so ein Ausschnitt aus einer Doku an, wo eine querschensgelähmte Frau ihren, ja, halbwegs Traum erfüllt. Eigentlich wollte sie mal vor ihrer Lähmung aus dem Flugzeug springen, hat sich dann aber jetzt dazu entschieden. Ja. Nee, er hat sich jetzt dazu entschieden, in so einen Windkanal zu gehen. Weißt du, in so eine Röhre. Ach so, das hab ich gesehen, wo die Beine von oben floppen. Ja. Oh, sorry. Und, äh, ja, gut. Er konnte es sich halt nicht verkneifen, weil es einfach krass, äh, Fanny aus sah so ein bisschen. Würde man nicht mitrechnen, dass die so wegflocken, ne? Weil irgendwo muss ja noch Widerstand sein. Na ja, gut, aber sie hat halt einfach keine Kontrolle. Ja, aber... Ja, aber da sind ja trotzdem... Also wenn ich wustlos bin, halte ich auch nicht einfach wie so ein Sack ohne Knochen zusammen. Ich will nur Boost holen. Nein. Abgelohnt. Pillow sagt nein. Geht der rein? Ja. Nächstes mal gerne auf Ruhe antworten. Ich hab doch so... Ich muss doch selber erstmal gucken. Warte mal, ich muss doch mal eine Brille aufziehen. Oh, hast du jetzt gesehen? Na ja, da hab ich aber auch alles gegeben. Hier perfekt abgesprungen. Schön rüber, zack und dann... Hier rechts. Ich war einfach zu früh mit dem Abklatschen. Ja, okay, ich bin hinten. Bin ich zu früh gekommen. Blue möchte nicht mehr mit mir zusammenspringen. Ich mach das jetzt alleine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den hab ich doof gemacht. Wieso? Ich war jetzt da vorne. Geht doch. Geht doch. Uh, krass voll. Ich hab bloß gemusst. Das krieg ich nicht. Das krieg ich nicht. Ja, krieg ich ne Baba. Vor mir dran. Im Tor. Was? Wo bist du denn deinem Tor? Was ist mein Tor denn? Guck dir die Wiederholung an. Oh, wo warst du im Tor? Wo ist die Mann-Deckung? Wo ist die Mann-Deckung? Hier links. Hier hat gerade jemand anderen zerstört. Die hat hier einen Mann weggenommen vorne. Boah, schön ausgetribbelt. Sehr schön ausgetribbelt. Richtig vernascht, Anna. Komm doch runter. Komm du doch hoch, ist das gleiche. Einfach ge- Beide in die Luft springen lassen. So muss das. Mit rechts. Hast du? Hast du? Nein! Ich hab den Ball in Scheibe gezogen. Oh, er macht ihn fast selber. Er macht ihn selber! Oh, mein Gott! Oh, ich wollte den Typen weghauen. Ich bin noch im Gegner drauf festgehalten. Da ist ein Magnet im Pfosten gewesen. Links. 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 Boah! Das pack ich aber alle. Habe ich? Blue? Oh, ich hatte. Nee, nee, ich hab... Nee, hab ich nicht. Das war ein Trick. Hier hinten. Schubs worden. Alles gut. Geh ich dran. Oh, schön! War aber mein Tor. Nice. War aber mein Tor. Ich hatte so Schiss, ne? Ich dachte so, okay, springst du mal rein. Einfach so, dann... Warm. Schön, dass das so nach 50 Stunden Training endlich mal so ein Ding klappt, ne? Mhm. Ja, war nicht geplant, aber... Was? Natürlich war das geplant. Warte, was du bloß noch... Da! Da! Mach was! Tor, bitte! Wie so hingeschissen, weißt du? Da! Mach was draus! Sind wir hingeschissen? Hm... Nichts. Wir sind ja safe. In der Mitte? Nochmal? Nochmal? Nee, dafür hatte ich keinen Boost mehr. In hinten. Oh! Oh Mensch! Halt den Boost, hol den Boost, hol den Boost. Ich hole mal den Boost. Nichts mehr. Also... Ich... Ich... Ich passte hier fünfmal den Ball und du fliegst zweimal daneben. Ja, was soll ich machen? Ein Tor! Ja. Ach, warte doch in der Mitte, jo! Jetzt haben wir ein Tor, ne? Ah! Voll! Nicht so schlimm. Ja, und dann kriegen wir nichts zu holen. Nein! Bin nichts! Hapsch! Achtung, Blue! Achtung, Blue! Achtung, Blue! Achtung, Blue! Diesen Schlenker, den der gemacht hat. Ich hab's genau gesehen. Oh! Ja! In wächsten Sekunde. Sehr schön. Weiß nicht, so einer geht dann rein. So einer geht dann rein, ne? Was? Haben wir gewonnen? Ja. Ich hab eben nicht verstanden. Ich hab eben nur so... Ob wir gewonnen haben. Warte mal... Die 19 mit extra Soße, bitte. Haben Sie Fleisch? Haben Sie Fleisch? Ich mag Fleisch. Ich mag Fleisch. Ich mag Fleisch. Ich mag Fleisch. Was? Hab ich nicht. Rückwärtsgang. Boost holen, den Bob Pilloway nicht geklaut hat. Hä? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Natürlich spiel ich den Gegner an. Ich hab mich extra gesprungen. Warum ist denn keiner hinten? Weil ich hochgesprungen bin. Ich hab gesagt, ich bin oben. Ich hab früh genug gecallt, dass ich komme. Und ich konnte sogar noch springen in der Luft. Denn... Keine Ahnung. Rechts. Hab ich nicht. Hab ich nicht Blut, Deiner. Oh! Leider auch nicht Blut, ne? Hui! Alles gut, fahr weiter Blue. Ich fahr hinter. Achtung, Achtung! Ja, 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 ja. Alarm, Alarm. Ins Wunderland. Mit mir ins Abenteuerland. Ja, ja, ja. Wer hat mich denn da jetzt weggecheckt? Naja, ja, ja. Aus Versehen. Eiii. Echt, da oben an der Wand? Eieieiei. Ja, ich wollte hier drauf. Und... Dann war der Magnet wieder da. Ich fahr extra hoch. Die Wand hoch, weil ich mir denke, ja gut. Ihr fahrt aber auch so oft zusammen auf dem Ball drauf, ne? Ja, musst du doch sagen. Ich glaub, das können wir alle ganz gut. Das gibt's doch nicht, oder? Oh, Mann! Da! Oh, Gott! Da! Da! Oh, Gott! Oh, Gott. Ja, da war null Boost. Da ist doch ein großer. Hast du den gekriegt? Hab ich nicht. Der bin nicht. Wieso kann ich keine Vorwärtsleitung machen? Weiß ich nicht. Tor? Ui, gerade noch so. Nee, 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 nee. Mich hat's zerfetzt. Hab ich nicht, hab ich nicht. Ich mag die Gegner nicht. Dann fahr doch nicht komplett, dann fahr doch weiter weg von mir. Ich wollte den zum Boost, dann hab ich gesehen, dass du den zum Boost willst, dann wollte ich ihn dir lassen. Ja, aber dann warte doch lieber eine Sekunde ab, weil das hatten wir jetzt auch schon öfters. Ist ja egal wer, wir machen alle den Fehler. Dann gehen wir davon aus, dass einer von uns den kriegt und dann breit der dumm ab. Dann müssen wir alle mal gucken, dass wir entweder zu einer Position fahren, wo wir den zu Not auch ohne Boost kriegen irgendwie. Nee, weil sonst haben wir immer dann das Problem, dass du zum Boost fährst. Ich fall da gerade runter, die Blue kommt auch noch rein, dann kommt sie vielleicht nicht dran und dann haben wir ein Tor. Das ist wahre, geb ich dir recht. Wenn wir besser wollen, dann müssen wir uns auf den Ball halten stellen. Den hab ich nicht getroffen, den Ball. Hab ich nicht. Oh, scheiße. Das war mein Fehler. Dieser Nicht-Call, ja gut. Das hättet ihr aber sehen können, das stimmt. Dieser Nicht-Call kam doch einen Ticken zu spät. Die Stuhl liegt ganz alleine bei dir, Brian. Ja? Okay, mach ich. Ist okay. Auf mich. Du bist hier der Meister und du versagst hier auf kompletter Linie. Und die Blue. Servers in den Serverzustand. Die Blue hat das mit dem Server geschrottet. Ich hab nix gemacht. Der Server sagt einfach so, ey, ihr seid so schlecht. Aber die Kamera. Ja. Und die Blue. Server sind Serverzustand. Der Blue hat das mit dem Server geschrottet. Ich hab nix gemacht. Der Server sagt einfach so, ey, ihr seid so schlecht. Ja. Aber die Kamera. Was war das denn? Äh. Hä? Ich hab's gebrochen. Alter. Junge. Das Berg sagt man. Den hinten. Rechts. Auf geht's. Du bist. Auf geht's. Aber das ist jetzt. Oh. Oh nein. Hungere��. Ja. Ich hab's gebrochen. Das ist jetzt neide. Sorry, da muss ich dranspringen, der war direkt da. Bin im Tor. Ja. Hab ich schlecht abgewehrt, Achtung. Bin wieder im Tor. Warte, Warte, Achtung. Bin im Tor. Du, deiner? Ja. Bin ins Tor. Oh, sorry. Wir geht rüber, alles gut. Ich bleib noch im Tor. Bleib im Tor. Okay, den hat er. Bleib im Tor. Hab ich. Blu, deiner. Blu, Blu. Weiter, weiter. Ach, schade. Achtung, kann der im Tor? Kann der im Tor? Kann der im Tor? Kann der im Tor? Boah, den hab ich nicht so... Gut, aber... Ich fahr dran. Blu, ich fahr zurück. Ui. Hab ich? Ja, ich bin im Tor. Hab ich noch mal? Ich bleib im Tor, Blu dran. Hab ich. Ah, war rechts. Das ist rechts. Bist alleine, bist alleine. Ja. Ich komm in die Mitte. Schade. Blu, deiner, ich fahr ins Tor. Bleib im Tor. Du mach das. Ich fahr dran, ich fahr dran. Ich... Ich bin vorne, ich fahr zurück. Fahr zurück, ich bin hinten. Ich bin im Tor. Ich lass ihn machen. Oh, ich hab keinen Durst. Geh hoch. Ja, dann fahr ich hinter. Schade. Lass zurück. Geh hoch. Alter, natürlich. Hab ich nicht, Achtung. Wir haben Gegner fast. Ich geh nochmal dran. Jetzt nochmal? Ja, aber nicht so gut. Hab ich? Ja. Schießt direkt. Ich geh dran. Nur ein bisschen aufgehalten. Blu, gehst du auf? Schön. Gib ein Tor. Gehen hoch. Ja, kommen wir langsam ran. Boah. Den hab ich so nicht mehr kommen sehen. Bin noch in der Mitte. Ah, okay, ja nicht. Blu, fahr, 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 fahr. Ah. Blu? Blu kriegst du noch? Ne. Ah, schade. Ich hol dich schon. Ich bin im Tor. Na, da war vor mir. Geht direkt. Ich hab einen zerstört. Mitte. Ich bin im Tor. Ach, keiner da. Ich hab 16 Boost. Ich bin noch beim Tor. Ich hab vorher. Hol dir Boost. Ich bin im Tor. Ah, den hab ich schlecht gespielt. Ah, schade. Halt zurück. Ja, ich warte noch, was er tut. Bring ihn drauf. Bring ihn drauf. Er macht einen Air Drill. Schön. Ich komm mit vor. Sammle nur krass den Boost ein. Ja. Oh, schade. Oh, schade. Schade. Direkt drauf. Wach, wach, wach. Oh. Nichts passiert. Fahr drauf. Bin im Tor. Fahr drauf. Wach, 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 wach. Schubs warten. Haben noch. Weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Irgendwie. Ja, Achtung. Ein bisschen Zeitrost, wo ich bin hinten. Ich bin im Tor. Ich bin im Tor. Wach, wach, wach. Wach, wach. Wach. Wieso hatte der noch einen Sprung? Der war mit zwei Rädern dran. Der war mit der Vorderseite dran. Schade. Mhm. Hat der vor dir? Oh, der geht rein. Das darf nicht wahr sein, oder? Ja. Der war safe eigentlich drin. Ja. Oh, wie unnötig. Ehrlich. Der war mit zwei Rädern dran. Das ist so lächerlich, ey. Was mich an dem Spiel am meisten nervt, ist, dass die Hitbox nicht dem Auto entspricht. Kein Auto, kein einziges, hat die Hitbox so wie das Auto ist. Gibt es so Screenshots von den Hitboxen, dass man die sehen kann? Oder gibt es dieses Tool, was so jeder hat? Das bringt dir ja nichts, weil die ja im Spiel hin und her wackeln. Das ist ja so ein Nerv. Deswegen war der jetzt wieder mit allen Reifen dran. Mhm. Obwohl es so aussah, als hätte er nur mit den Vorderreifen das Team berührt. Okay. Rennen rechts. Oh, sorry, blue, sorry, das war ich. Ich bin im Tor. Na dran. Ich bin im Tor. Achtung Aber 19 boost Geht, dass du mich reingeschubst bist Boah Hör ins Tor Nochmal ran Ah, der wäre direkt auf dich gekommen Alter Wurde zurückgeschleudert Hab ich ihn gesaved? Ich habe ihn gemacht! Nein, du hast ihn reingemacht Du hast ihn reingemacht Ich bin einfach da oben lang geflogen Eigentlich hätte ich ihn gesaved Ey, ich hätte fast... Egal, Hauptsache dritt Nichts Ein Tor Boah So schnell wie ich Mal dran Auch hinter Im Tor Schön Auch nett, wenn der drauf schießt Boah Blue sehr stark Ach, schade Oh War dran Ja Na also Na also Ich habe den Brain das Tor geklaut, sehr gut Wie ich es dir beigebracht habe Wie ich es dir beigebracht habe Wie ich es dir beigebracht habe Nein Dieser Pass war gewollt Nein, nein, war er nicht Achso, okay Für mich Boah Wie ich es dir beigebracht habe Wie ich es dir beigebracht habe Wie ich es dir beigebracht habe Der wäre tatsächlich aber wirklich safe von alleine reingegangen, glaube ich Ja, wobei der andere weiß ich nicht Das war aber auch ein guter Pass Schöner Kopfball, schöner Kopfball Wie ich es dir beigebracht habe Im Tor Und jetzt noch das dritte hinterher, Blue Nee, die geht nicht mehr vor Ja, da kommt alles noch heiß Boah, was für ein guter Pass Schade Wir sind nach vorne, kommen wir jetzt hinter Hier hinten Hier ist drin Blue, komm, komm Stau dir ab Ja, warte, warte Ja, das war ein gutes Match, würde ich sagen, oder? Effiziente, ich nenne es mal effizientes Match Ja, gute Chancenverwertung von der Blue Dreimal geschossen, dreimal Tor Na gut, was soll ich sagen Ich glaube, ich brauche gleich mal ein Sitzkissen, mein Arsch tut weh Tor schießen, egal aus welcher Position Flanke links, Flanke rechts Elfmeter schießen, egal wo Strafraum, nicht Strafraum, einfach reinmachen Achso Ich hab den Podolski irgendwann mal Hat er ein bisschen geruckelt hier beim Start Ich dachte gerade, wenn mein Auto grün ist Das ist unser Team Ich fahr dran Keiner von euch hat Mit dem Ball Ja, jetzt nehm ich mir den Dann fahr ich hinter Ah Das ist ein sehr schlechter Map zum Sehen Das ist sehr schlechter Kontrast hier Vor allem mein Auto ist grün-schwarz Und die sind grün Ähm, da ist einer dabei, der wollte mich eben zerstören Im Tor, im Tor Lol Oh sorry, ich dachte du wärst Nein, alles gut, ich bin nur mitgefahren Falls vielleicht irgendwie sich daraus ein Pressball ergibt Aber ich habe eben da beide an der Bande, ne Beide Einfach ins Leere fahren lassen, ey Der war guter Pass, Blue Ja, der war echt guter Pass Muss man schon sagen Mhm Sind eure Autos auch schwarz-grün? Ja Ja, das ist ja total kacke Wenn die Gegner grün sind Boah, der wird zwangeln Ja, gut Ah, scheiß, glaub ich nicht Oh Siehste, Blue, siehste Hast du gedacht, der Brain wäre ein Gegner, ne Weil er grünes Auto hat Boah, der war aber knapp Ich hab doch die Teamfarben aus Bitte? Ich hab doch die Teamfarben aus Achso Ich nicht Bei mir ist es schwarz-grün, Alter Ich auch nicht Bei mir sind alle Autos Schwarz-Grün gegen grün Ja, bei mir sind alle Autos grün Das ist ein Mega-Blender Jodo, da musst du drauf Direkt hin Wo hab ich ihn gekriegt? Vorne links Ah, shit Ah, das ist äh Wollte ihn austribbeln Ja, sie verwirren Wird ihn austribbeln Mit nem guten Pass Wird ihn austribbeln können mit nem guten Pass Zwölf Boost Was ist es aber heute mit der zwölf? Ander, Blue 52 Boost Da muss das Ding rein Da muss das Ding rein Hab ich Ich bin Beides vorne Ja, ich bin hinten Oh, der hat mich falsch eingeschätzt Oh, der hat mich falsch eingeschätzt Oh, mein Gott, was da passiert? Cool Colonia Hi Danke für den Äh für den Follow Guten Abend Grüße dich Only German please Only German Danke Mir geht's gut Hoffen wir auch Ach ja ach come on ehrlich jetzt restball und da geht er so in unserer hälfte ich komme mit vor ich komme doch mit vor und dann sagt eigentlich wollte ich dass er gar nicht seite hoch geht aber ich bin einfach zu gut ja ich bin da aber ich gucke was er macht analysiere die situation und haben wir entsprechend lol was ist denn hier gerade los einer wotter fack guck mal ja wir spielen auch noch 7 days to die zum beispiel achten moment schade 7 days to die oder once human habe ich gestern gestreamt zum release kein boost über irgendwo und wieder kein boost ich habe nur lust ich habe den hinten gelassen ja jetzt machst du den schau mal wie ich den abgeliebten blu ich gerade schon wieder drei leute ausgedrückt ja ich war das der einer von der ich dass ich einfach nur den boost weg snacken wollte vielleicht ein bisschen zu lang nein boah schade boah wachtung hat er sich vom hinteren mit dem tor boah da kam ich da kam ich nicht dran den habe ich so nicht kommen sehen wiederholung gucken wir es gar nicht an den hätte sein warm können den gucke ich mir die wiederholung gar nicht an aus trotz schon allein ne dann ziehst du mich an letztes Spiel ich muss dem blumen was zu trinken holen weißt du was nicht sonst ist sie gleich so eine verschrumpelte rosine ja das hat aber nichts mit dem trinken zu tun ich habe geräuspert ja ich habe es mir erst mal schon verstanden ja mal rechts schön geblockt ähm Tor ja ich bleib hinten ich bleib hinten komm mit vor ah ich komm zurück hm schöner Schoss der ist drin ja äh guter war es würde ich sagen ja danke ich habe auch mein bestes hier gegeben ich habe mich umbenannt ich heiße jetzt Hellstorm ok Pfingst und du Pfingst ok mein Auto hat gerade eben eine ganz komische Danehm Dings gemacht Bewegung da gehe ich nicht dran schöner Block ich warte ich warte ich warte ich warte ich habe einen Boost auf der anderen Seite ok beide Gegner haben sich die Boost hinten genommen ich habe eine Panikrolle gemacht ich habe eine Panikrolle gemacht ich bin so ein Trottel ich bin ich habe gelenkt die Abwehr komplett hier im Papen was war das denn ne ich war das nein es war die Blue nein ich war das ich will dran sein ich möchte dran schuld sein Vielleicht hätte ich diese dumme Panikrolle für mich gemacht. Hätte ich den locker gekriegt. Ja, 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 ja. Sehr schön. Komm mit vor. Oh, da war's. Oh, ich krieg ihn nicht. Warte, da ist einer. Ja. Hallo? Hä? Nee. Doch, fahr doch einfach raus. Oh, was musst du aber drauf? Oh. Mann. Ja, da kam doch noch einer. Wo denn? Der Typ hat mich weggeschobst, by the way. Nichts. Am hinten. Komm mal dran. Ja, dann musst du ihn auch nehmen. Ja, ja. Glaubst du, ich fahre... Ich glaube, ich will einfach nur zum Ball fahren wegen der Aufnahme raus. Und dann direkt den nächsten vorbar fahrst. Ich war jetzt nämlich nur ins Tor reingeschleudert. Hä? Ich war doch gar nicht mehr bei dir. Ey, natürlich. Du bist doch gerade ins Tor reingeschleudert. Nein, ich war doch am Ball schon wieder. Nein, nein. Du fährst ja nicht ins Tor. Dann war das auch geklärt. Da, so hast du ihn gemacht. Hör mal. Ey, jetzt bin ich schon wieder tot. Ich bin gestorben. Ich bin hinten. Oh, komm. Ich bin schon. Komm, rechts. Ah, 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 Blue. Du bist da, ne? Schade. Mitte? Hm? Schön. Hör mal in die Mitte mit. Da schubst du ihn um den Auto. Kriegt sich nicht. Raus, raus, Blue, raus, Blue. Raus, hoch, hoch, hoch. Sehr schön. Schade. Oh, weiter nochmal. Oh, schade. Oh, er war zu langsam. Ja, schön. Weiter, Blue, weiter. Mach Stress. Schön. Ah, schade. Boah, dann kommt der so, ne? Schade, Blue, schade. Das war ein guter Versuch. Dann kommt der so an. So, ein Spiel noch. Nehmt. Da muss man die Blue was zu trinken. Sie muss. Das ist egal. Ob das Bein eingeschlafen ist oder nur noch dranhängt oder so. Sie muss. Dann schmeiß ich sie die Treppe runter. Sie landen sie weg. Wie so ein richtig schlechter, äh, links, äh, äh, schlechter Ragdoll, äh, Moment. Hab ich nicht. Ja, hab ich nicht. Was? Das war, das war, das, in der Schule hättest du da jetzt gerade, also Arbeitsverweigerung. So, nö, 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 nö. Das mach ich nicht im Tor. Äh, du, Carl. Woran hättet ihr die legen, Blue? Woran hättet ihr die legen? Ach, manu. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ach, Gott sei Dank bist du noch bremst, ey. Ja, das ist echt so. Sonst hätt ich dich reinrangen müssen. Wär egal gewesen. Tuck. Das war wirklich. In letzter Sekunde. Wir sind schon durch die, durch die, äh, Windschutzscheibe geflogen. Das war halt erst gebremst. Das ist echt. Blue, nimm in dir. Mütze, Achtung, egal. Äh, eklig mein ich. Ah, mein Auto hat sich verdüttelt. Nicht egal, aber. Wurde gerammt. Hm, schön. Oh, Mitte. Oh, nix gesehen. Ah. Sorry, ich bin das. Das ist jetzt nicht, ob es ist meine Schuld. Die Blue denke ich einfach nur so. Nee, das war mir jetzt noch nicht riskant genug. Ich bin nochmal da vor das Tor. Komm, wir machen ein neues Aufbau-Spiel. Ja, mit, 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 mit keinem Aufbau, ne? Ja, ich bin ja kein Maurer. Und ich fahr'n Boost vorbei, hier krieg' ich einen Cloud, ich fahr'n hinter. Ja, direkt der S1 ist überall, neuer Torwart. Und die Blue macht sie wieder. Und die Blue macht sie wieder. Okay, ja, ist ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab' dich ganz leicht berührt. Ich hab' gebremst und es hat nicht gereicht und du fliegst dann einfach ins Nirvana. Boop, tschon. Hab' ich? Mhm. In der Mitte. Jetzt nicht mehr. Boah, schade. Ja, schöner Schuss. Hat er aber. Ja, egal, mach' ihn weg. Hahaha, ich hab' noch drauf gewartet, dass er da kommt und hab' schön im Weg gestanden. Achtung. Ja, tönn sie mal, warum fahren sie denn in die Kamera rein? Ach doch, da kommt ja jetzt ein Ball, wir müssen durch den Plan. Vorfahrt achten, ne? Ball hat Vorfahrt. Rechts vor links. Du? Oh, gut, da passt ein. Du nimm den Bus. Hast du Bus? Hast du den Bus? Ich? Ich bin vorne. Und wieder gegen die Latte. Sag's mal, gegen die Latte. Ja. Da denk ich so, okay, ich schieß genau, ne, und dann kommt einer und verlenkt die Blur ab. Oder? Da war doch einer, der wollte dich zerstören, oder? Nein. Was? Ja, okay. Er wollte, aber du warst schon am fliegen. Nee, er ist genau dann hochgesprungen. Rechts. Ja, gut. Solche Sperenzchen kann ich mit dir nicht machen. Hat wieder was dazugelernt. Aua. Hab ich nicht. Hab ich. Boah. Boah. Tor. Achtung kommt. Drehter Schuss. Nein. Oder Blue. Ne, Blue. Hallo? Ah. Ja, ja, ja. Alles gut. Ich hab dich nur eben nicht gesehen. Ich hab dich nur eben nicht gesehen. Oh. Ich hab dich auch mal weggebrochen. Das ist ja noch nicht gesehen. Das ist ja nix. sehr schön schön gegen die fahrtrichtung spielen wollte ihn haben nehme ich bin ich war der posten er hat einfach aufgegeben er hat einfach aufgegeben quasi das korn in die flüte geworfen genau ein heuer von der nadel gesucht schade schade jetzt ist hier feierabend ich muss morgen kuchen ich muss morgen kuchen backen ich muss sport machen ich muss sagen vorbereiten ich bin morgen um 9 Uhr schon wieder wieder draußen für dich ist das nix du bist ja um 26 schon unterwegs ich habe hier keine Twitch-Connection ja das stimmt ich bin viertel nach sechs roundabout wach nee quatsch ich bin viertel nach fünf wach und um viertel vor sechs sechs verlasse ich das Haus gut ich mache mal mein Twitch aus ich weiß nicht wer noch da ist Noah vielleicht bist du noch da dankeschön fürs zuschauen und morgen auf auf ich bin